Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Läuft. Sehr schön. Mit Dokumentarfilmen aus über 50 Ländern startet das diesjährige DocFest München zum 1. Mai in seine 39. Ausgabe. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Besprechung hier beim Tele-Stammtisch. An meiner Seite ist heute Kati. Hi. Hallihallo. Und mein Name ist Paul. Und wir beide widmen uns diesem Jahr wieder einmal dem DocFest München. Ich habe mich sehr gefreut. Wir haben hier schon das ein oder andere Jahr mal über Dokus von diesem Filmfest geredet. Und ich meine sogar eine unserer ersten gemeinsamen Besprechungen wäre zu einem DocFest-Film gewesen. Oder beziehungsweise ich glaube dieser hinter den Schlagzeilen. Hinter den Schlagzeilen, ja. Genau. Da war ich zumindest dabei, als ich darüber geredet habe, glaube ich. Heute haben wir ein paar Filme schon vorab mitgebracht, die jetzt bald dort zu sehen sind. Das DocFest findet, wie gesagt, ab dem 1. Mai statt. Vom 1. bis zum 12. Mai in Münchner Kinos. Und vom 6. bis zum 20. Mai dann auch online. Das heißt, einige Filme aus dem Programm gibt es dann auch über die Online-Plattform des DocFests zu sehen. Da kann man sich die Filme dann ausleihen und reinschauen. Wir haben ein paar heute in dieser Ausgabe schon mitbekommen, die wir jetzt, wie gesagt, schon vorab gesehen haben. Wir haben noch ein paar andere im Gepäck, aber ich bin auch noch nicht dazu gekommen, alles zu sehen. Aber es gibt schon noch ein, zwei, drei, auf die ich mich noch freue und in die ich noch gespannt bin, reinzuschauen. Die geht es dir ja bestimmt ähnlich. Ja, ich finde es auch nett, dass du sagst, nicht alles gesehen, weil da laufen auch über 100 Filme auf dem Festival. Ja, ich meinte ja jetzt eigentlich alles, was wir uns so im Vorfeld ausgesucht haben. Ja, was ja bei dir ungefähr 50 Filme waren. Weil wir haben zusammen das Programm geschaut und du bei jedem zweiten so, oh, der klingt interessant, oh, der klingt interessant, oh, wo mache ich das mit meiner Zeit? Aber ja, nein, ich verstehe das. Da sind viele interessante Themen, viele Themen, für die ich auch gar nichts weiß, wenn man das so liest und sich denkt, oh, das klingt sau interessant, das würde ich gerne schauen. Also ist schon eine sehr gute Auswahl. Ja, also brandaktuelles, historisches, auch ein bisschen Nischiges ist dabei. Ich habe gesehen oder wir haben gesehen, es gibt auch einen Dokumentarfilm über Sirenen. Da war der Trailer ganz wild. Da sind eineinhalb Minuten nur Sirenengeheule und da ist vor allem eine Texteinblendung, wo irgendwie so steht, ja, da gibt es irgendwie newly composed Sirens und keine Ahnung, was das ist. Vielleicht kommen wir noch zu dem zu sprechen, denn das hier ist sozusagen unsere kleine Eröffnungsausgabe zum Dogfest, das wie gesagt Anfang Mai jetzt startet und vielleicht im Laufe des Mais, wenn dann auch die Online-Plattform freigeschaltet und dort man sich Filme anschauen kann, haben wir vielleicht noch eine zweite Ausgabe im Gepäck, wo wir dann über noch mehr Filme reden. Wie zum Beispiel über den Film, den wir jetzt beide noch nicht gesehen haben, aber den wir beide noch gerne sehen würden, den Eröffnungsfilm des diesjährigen Dogfests, Watching You von Klaus Stern. Ja genau, über Palantir, also so eine Tech-Company, auf den habe ich richtig Bock. Das ist ein Thema, was mich so interessiert und ich hoffe, dass wir den noch sehen können, weil ich glaube, das sind wahrscheinlich sehr interessante Insights. Außerdem gibt es zum Beispiel den Dogfokus Democracy, wo so ein bisschen auf verschiedene Demokratiesysteme oder Zustände von Demokratien in Europa und darüber hinaus geschaut wird, dann hat das Dogfest auch einen Afrika-Fokus, wo unter anderem das leere Grab läuft. Der startet auch in ein paar Wochen oder Monaten auch bei uns in den deutschen Kinos und es gibt wohl vor Ort auch eine Virtual Reality Experience, eine dokumentarische. Ich habe es leider nur im Bildern gesehen, weil wir beide selber nicht vor Ort sind, sondern uns da auch auf die Online-Version quasi verlassen. Aber es las sich schon alles recht interessant was. Und man kann ruhig mal durch das Programm da stöbern, es sind wie gesagt über 100 Filme, die da in den 20 Tagen sowohl offline als auch online zu sehen sind. Man kann auf der Internetseite sich auch raussuchen lassen, welcher Film denn dann auch online verfügbar ist. Das haben wir jetzt bei den Filmen, die wir jetzt vorstellen, nicht nochmal gegengecheckt, aber ja, man kann es ja auch noch vor Ort im Kino anschauen. Denn so ein paar von diesen Filmen, die wir vielleicht auch heute schon besprechen, die kann man sich auch gut auf der Leinwand anschauen. Ja, definitiv. Und weil du auch gemeint hast, wenn die Kategorien in der Demokratiekategorie läuft, auch den haben wir jetzt nicht doch mal gesehen, zumindest. Den habe ich letztes Jahr schon gesehen, weil der in Österreich in den Kinos lief, Projekt Ballhausplatz, Aufstieg und Voll, das ist Sebastian Kurz. Den kann ich empfehlen, wenn man sich für österreichische Politik interessiert ist, aber auch, also wenn man das so mitbekommen hat, auch sehr, sehr hart zum Schauen. Aber nur so noch als Empfehlung hier. Damit würde ich sagen, wir kommen mal zu einer Handvoll Filmen, die wir jetzt im Zuge des DocFests schon sehen konnten, wo wir uns schon mal so einen kleinen Überblick über das Programm verschaffen konnten. Ganz wild die Themengebiete durcheinander geworfen. Ein paar haben wir zusammen gesehen, ein paar haben wir nur einzeln gesehen, weil es ist ein sehr umfangreiches Programm. Und diese Filme haben wir uns rausgesucht. Kathi, du kannst gleich mal hier den ersten anleiern. Ja, aus sehr, sehr starkem Interesse. Apropos Österreich. Ja, genau. Und wenn ich da schon des Öfteren war, habe ich mir Archiv der Zukunft angeschaut, ein Film über das Naturhistorische Museum in Wien. Und hauptsächlich, um wie es ist, dort Forschung zu betreiben und wie sich das ganze Museum und Laufen erhalten, ist sehr, sehr, also für mich war das sehr, sehr spannend, weil ich war dort halt schon, ich weiß nicht wie oft in meinem Leben. Und das ist halt ein, erst einmal ist es ein sauschönes Gebäude, das ist dort im Museumsquartier in Wien. Da gibt es zwei identische Gebäude im Prinzip. Das eine ist das Kunsthistorische, das andere ist das Naturhistorische Museum dann. Und die wurden, glaube ich, also ich glaube, die wurden damals von irgendeinem Kaiser, von so gebaut, für so eine Privatsammlung und dann irgendwann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und schauen dementsprechend halt auch aus, also allein von der Architektur her. Aber ja, der Film geht darum, was sie für Forschung im Prinzip betreiben in dem Naturhistorischen Museum. Sie machen dort Evolutionsforschung und sehr viel Grundlagenforschung und wie ihnen Freiwillige dort helfen, das ganze Museum oder die ganze Forschung im Prinzip um Laufen zu erhalten. Und dass man selbst im Naturhistorischen Museum, was ja eigentlich sehr angesehen ist und auch eine Riesensammlung hat an Tieren und an Steinen und was weiß ich, weil das halt aus vor hunderten Jahren noch kommt, wo die da wirklich in der kleinen Zeit noch viel gesammelt haben, dass selbst die damit kämpfen, Funding für ihre Forschung zu bekommen. Und dass sie sich eben auch rechtfertigen müssen, warum sie in Sachen forschen und dass es nicht so einfach ist, da Geld herzubekommen. Und dass sie halt, nachdem sie für Grundlagenforschung betreiben, also vieles, was man nicht direkt praktisch irgendwo anwenden kann, sondern einfach mal die Grundlagen, um dann darauf aufzubauen, erforschen, nochmal schwerer ist zu rechtfertigen, warum sie das genau zu machen, weil es halt keinen direkten Anwendungsfall gleich dafür gibt. Und ja, das ist mega faszinierend, auch von dem ganzen Forschungsspekt her. Und ich wusste nicht, dass es wirklich so viele Freiwillige gibt, die dort hinter den Kulissen helfen und irgendwelche Pflanzen aufbicken oder irgendwelche Steine sortieren oder keine Ahnung, um dann halt den Forschenden und Forschern die Arbeit zu erleichtern. Ja, es ist ganz ruhig erzählt, einfach nur so Kamera durchs Museum und dann machen wir so Interviews mit den Leuten. Aber also für mich war das sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, was für dich ist, Paul, aber ich fand das Thema mega interessant und auch generell die ganzen Hintergründe halt. Ich fand es mega spannend, auch wie sie mit, keine Ahnung, dann zum Beispiel Hallstatt oder so zusammenarbeiten und dort in den Salzschächten irgendwelche Überbleibsel von vor Tausenden von Jahren finden und auch wie sie dann irgendwelche DNA von irgendwelchen reparierten Viechern rausholen, die irgendwie schon hunderte Jahre tot sind und dann irgendwelche Dinosaurier-Skelette aufbauen und alles. Also es ist schon mega faszinierend. Ja, es klingt auf jeden Fall nach einem Dokumentarfilm, der dich erst mal abgeholt hat. Ja, definitiv. Leider ging es mir dann bei einem Film, den ich jetzt gleich noch kurz anschließen würde, nicht ganz so, bevor wir jetzt gleich zu einem Film kommen, den wir beide gesehen haben. Ich habe einen Film gesehen, der heißt Los Ultimos von Sebastian Pena Escobar. Handelt von dem Filmemacher Sebastian, der die letzten verbleibenden nativen Wälder Paraguays filmen möchte und dafür einen Vogelexperten und dessen langjährigen Freund Ulf begleitet auf einem Roadtrip eben durch die Gegend und zu den Wäldern, die da teilweise eben noch erhalten sind, die teilweise aber auch verschwinden. Dieser Film hat ein sehr, sehr schönes Vorschaubild, wie ich finde. Er zeigt so ein bisschen, er zeigt so ein Gatter mit Kühen und einem Baum im Hintergrund und der Himmel und die Wolken, das leuchtet alles in Rot. Oh, also so sci-fi-mäßig die Erde brennt. Es hat schon, es hat was Apokalyptisches, so a la Blade Runner oder so, wenn man die Verfilmung von Villeneuve oder so im Kopf hat, dann sieht das so aus, wie man es daraus kennt. Und dieser Film konzentriert sich aber jetzt doch eher auf den Roadtrip. Also diese Geschichte oder diese Gespräche von diesen Männern, die drängen sich da schon ziemlich rein. Es hat mich letztlich sehr kalt gelassen. Aber was sind diese Gespräche dann? Also über das Ende der Welt, über alles? Ja, so in etwa schon. Also so die Vergänglichkeit der Welt und vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wenn die Menschen irgendwann nicht mehr, nicht mehr hier sind. Kapitalismus und so, das spielt alles hier auch eine Rolle. Es ist halt im Film irgendwie über die Meinung dieser Männer größtenteils und nicht wirklich über das, über die Wälder. So hatte ich es zumindest im Gefühl. Okay, also nicht, dass du das erwartet hast. Letztlich, ja, weniger gesehen. Okay. Er ist, glaube ich, er ist besser, wenn er sich auf das Große und Ganze konzentriert. Also auf die Zusammenhänge vielleicht, die dazu führen, dass es eben zu einem Waldsterben oder zu solchen apokalyptischen Bildern überhaupt kommt. Also wenn er seinen Fokus auf dieses Trio oder auf dieses Duo liegt. Denn, ja, das sind Charaktere, die sollen jetzt vielleicht auch nicht komplett sympathisch sein. Aber auch in ihrer Chemie, ich fand es halt irgendwann dann sehr repetitiv. Okay. Es klingt eigentlich ziemlich schade, weil eigentlich so die Grundidee ja sehr interessant klingt. Aber dann die Ausführung ja anscheinend doch leider gescheitert ist. Ja, also es ist halt sehr, eine sehr persönliche Sichtweise da drauf und das Ganze, ja, ich hätte mir halt doch gewünscht, man entfernt sich vielleicht dann doch öfter von den Herren, die da, auch wenn sie ihn natürlich da so ein bisschen durchführen. Und es ist auch durchaus ein paar, also das Bild, was da als Vorschau angedacht ist, ist ja auch nicht das Einzige, was da wirklich sehr apokalyptisch oder auch auf seine Weise auch schön anmutet. Es gibt da noch ein paar andere, aber im Großen und Ganzen eine Enttäuschung von den Filmen, die ich bisher vom DocFest gesehen habe. Aber bisher muss ich sagen, auch der einzige Film, wo ich wirklich gesagt habe, nee, der, den fand ich nicht so toll. Ja, aber wie lange ging der auch nur so eineinhalb Stunden? Weil ich glaube, alle, die ich bis jetzt geschaut habe, die waren auch noch so höchstens eineinhalb Stunden wieder vorbei dann. Ja, ja, der ging auch knapp 90 Minuten. Es gibt aber auch noch sowas wie Henry Fonda for President, der geht drei Stunden. Ah ja, also entweder eineinhalb oder drei Stunden. Es gibt auch durchaus die, die dann noch etwas länger gehen. Nee, aber die meisten sind schon so um die anderthalb Stunden lang. Und deswegen lassen sie sich auch gut anschauen in der Kürze der Zeit, wie zum Beispiel unser erster Film, den wir zusammen gesehen haben. Nämlich, Kathi. Ja, ja, jetzt schiebst du auf mich wieder ab, gell? Keiner hat mich mal das ausspricht, aber Ozu Goche, Ozu Goche, keine Ahnung. Also, bei dem Film ging es mir leider ein bisschen so, wie es dir bei dem Film gerade ging. Nämlich, dass der Beschreibungstext und alles las sich irgendwie nach einer Tier-Doku, schwieriges Wort, über Vögel, die in einem See aus mysteriösen Gründen Selbstmord begehen. Und sich halt in diesen Seestürzen dort ertränken. Und das fand ich aus, einfach aus biologischer oder einfach aus Sicht auf die Welt sehr interessant. So, warum machen die das? Oder gibt es eine Erklärung dafür? Kann man das irgendwie nachvollziehen? Die Doku jetzt beschäftigt sich leider weniger mit diesen Vögeln, sondern eher um dieses Dorf und die Einwohnerinnen und Einwohner in dem Dorf, das in diesem See dort ist. Und erzählt deren Leben so ein bisschen, aber auch nicht wirklich. Der ist sehr, sehr, sehr ruhig. Der ist sehr zurückgezogen. Und der schaut auch meiner Meinung nach nicht aus wie ein Dokumentarfilm, also so von den Einstellungen, auch so vom Bildformat und von den Farben und so. Ich weiß nicht, der schaut eher aus wie ein Spielfilm als ein Dokumentarfilm. Aber man muss ihm lassen, er ist wunderschön. Die ganzen Naturaufnahmen und die ganzen Aufnahmen von diesem Dorf und von diesen Leuten, die sind alle wunderschön. Aber ich weiß nicht, ob es einfach meine Erwartungshaltung war oder was ich dachte, was das ist. Aber er hat mich dann leider doch enttäuscht. Ich glaube, dir war es ein bisschen anders, oder? Ja, ich hatte zwar auch ein bisschen was anderes erwartet. Deswegen will ich es auch bei Los Ultimus jetzt nicht unbedingt auf die Erwartungshaltung schieben. Weil Los Ultimus hat mich dann einfach von dem, was er behandelt hat oder wie er das behandelt hat, enttäuscht. Und bei Otsugouche war es dann doch nochmal was anderes, weil ich es dann trotzdem auch spannend fand, dass eben nicht dieser, dieser, in Anführungszeichen, Selbstmordvogel im Vordergrund stand, sondern wie es der Titel eben sagt, diese Gemeinschaft oder diese, ja, diese Gemeinschaft, die dort in den äquatorianischen Anden lebt. Und dort so ein bisschen, so ein bisschen zwischen den Welten lebt. Also auf der einen Seite sind sie da recht abgeschieden und in ihren Traditionen noch verwurzelt. Auch dieser Vogel hat ja eine Bedeutung für die. Und auf der anderen Seite, vor allem eben durch die Jungen und die da auch mal ein Smartphone und auch Internet haben, sind sie doch schon an den Rest der Welt angeknüpft und da können so in den Rest der Welt blicken. Und das fand ich schon spannend, auch wenn dieser Film jetzt nicht so diese eine konkrete Sache hatte, worum sich dieser Dokumentarfilm dreht, sondern es war ein Beobachten von so verschiedenen Alltagssituationen, so ein bisschen das Beobachten von diesem Aufeinandertreffen, von eben dieser sehr traditionsbewussten Alltagswelt. Und auf der anderen Seite eben diesen Einflüssen von der Globalisierung. Und dann setzt sich dieser Film halt mit dem Leben in der Gegenwart, aber auch so ein bisschen mit dem Leben in der Vergangenheit auseinander. Also dass man da auch durchaus die kolonialistischen Spuren so aufarbeitet oder zumindest ein bisschen anspricht. Und das ergibt für mich schon ein rechtstimmiges Bild bei diesem Film, der auch, glaube ich, noch kürzer war. Also ich glaube, der ging knapp über 70 Minuten. Ja, hat sich aber leider viel länger für mich angefühlt. Ja, das kann ich leider nicht sagen. Ich fand tatsächlich, ich mochte auch das zwischendrin, weil dieser Vogel, also es geht immer wieder um diesen Vogel oder dieser Vogel zieht sich wie ein roter Faden durch den Film, wird aber jetzt, wie du es schon gesagt hast, nie wirklich entmystifiziert. Oder es wird jetzt nie näher darauf eingegangen, was diesen Vogel jetzt aus biologischer oder aus wissenschaftlicher Sicht ausmacht, sondern die Kamera versteckt sich manchmal förmlich in dem Federkleid oder, ja, vergriecht sich da drin oder adaptiert vielleicht auch manchmal so den Blick davon. Wie gesagt, im Gegensatz zu Los Ultimos, wo ich ja schon so ein bisschen das bekommen habe, was ich schon erwartet habe, nur halt da dann eher mit dem Kopf geschüttelt habe, fand ich es hier zumindest interessant oder interessanter. Okay. Ja, ich meine, ist ja auch vollkommen okay. Ich hätte nur, glaube ich, wirklich einfach gerne eine Tier-Dog gesehen. Und war dann halt so, okay, aber lasse ich mich darauf ein. Dann war ich halt wahrscheinlich doch einfach, ich will nicht sagen enttäuscht, aber vielleicht einfach, hat mich einfach nicht so interessiert, was ich dann bekomme. Aber ich verstehe natürlich, dass man den Aspekt trotzdem interessant finden kann, wenn man sowas macht, also so eine Art von Doku oder so eine, oder sich einfach dafür interessiert, dass es trotzdem interessant sein kann. Aber halt einfach nicht das, was ich erwartet oder was mich dann auch, also ich glaube, wenn die Doku unter dem Gesichtspunkt auch, wenn ich wusste, dass es darum geht, hätte ich sie wahrscheinlich auch nicht geschaut. Ja, ja. Es ist halt eher so ein kleines Mini-Gesellschaftspoträt oder eine Gesellschaftsskeze. Also der hatte auch so manchmal Szenerien, ich weiß nicht, es gibt relativ gegen Ende gibt es diese Aufnahme von diesen, also ich fand erst mal die Landschaftsaufnahmen, die übrigens, die hätte ich gerne im Kino gesehen. Also das war wirklich schön. Ich glaube, der hat auch ein gutes Sound-Design, was man mit einer größeren Anlage vielleicht auch hätte noch eindringlicher an den Mann bringen können. Aber ich fand, diese Landschaftsaufnahmen, die waren jetzt nicht so poliert und nicht so farbeintensiv, sondern die waren so realistisch. Du hast so ein Bild mit ganz vielen matten Grüntönen, aber sehr viele und sehr viele schöne. Ja, ja. Und dann hast du gegen Ende so einen Shot und dann steht da völlig surreal dieses neongelbe Haus, diese Kirche. Das hatte für mich noch mal so eine fast, wie gesagt, surreale Bildkraft. Und so kleine Momente gibt es in diesem Dokumentarfilm immer wieder, der sich, wie du auch schon gesagt hast, fast gar nicht so richtig wie ein Dokumentarfilm anfühlt. Und der ordnet halt auch so nichts ein. Also die Kamera ist da halt so dabei und du hast halt so Gespräche und kannst da seine Sachen so irgendwie rausziehen, irgendwie zusammensetzen, was deren Verbindung zu dem Vogel ist, was dieses Dorf da ist und so. Aber du bekommst es nicht erklärt und da ist kein Voice-Over, das dir jetzt sagt, oh, und dann macht der Vogel das oder da sehen sie das und das oder was auch immer. Oder man muss sich das alles so ein bisschen rauspicken und dann selber schauen, wie man da die Verbindungen zieht, um da so ein Bild zu erhalten oder so einen übergreifenden Handlungsstrang oder was auch immer. Ja. Dann komme ich jetzt zu My Stolen Planet, ein Film, eine deutsch-iranische Koproduktion von Farhanas Sharifi und die widmet sich mehr oder weniger dem Leben oder auch der Kindheit der Regisseurin, die im Iran der 1980er aufgewachsen ist. Das heißt, als sie geboren wurde, war die iranische Revolution voll im Gange. Das heißt, sie hat als kleines Kind oder dann halt während ihrer Kindheit die Veränderungen und dann auch demzufolge die großen Einschränkungen mitbekommen. Und das ist auf der einen Seite eine sehr private oder eine sehr intime Geschichte, weil es hat wirklich viel um sie als Regisseurin und um ihr Leben und auch um ihre Leidenschaft, so ein bisschen was das Filmemachen angeht. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch ein Porträt von ihrem Land oder ein Porträt von AktivistInnen aus ihrem Land, die eben für mehr Freiheit, für mehr Frauenrechte, für all das kämpfen und die sie hier auch so immer ein bisschen mitporträtiert. Das klingt ein bisschen auch so wie eine Kurze, die ich letztens erzählt habe, der auf die OSG nominiert war, dieser Our Uniform, wo es auch um die Kleidervorschriften geht und dass sie dann zum Reisen anfängt, um dort halt sie selbst zu sein und das tragen kann, was sie möchte. Aber halt auf eine viel persönliche Ehe wahrscheinlich und so ein Dokumentarfilm jetzt. Man sieht sie hier ganz bei so alltäglichen Aufnahmen wie beim gemeinsamen Pizzabacken oder beim Tanzen innerhalb der Familie. Sie spricht eben von diesem My Stolen Planet. Ihren Planeten auf dem Planeten, auf dem man halt das sein kann, was man möchte, wo man das anziehen kann, was man möchte und so weiter. Und sie weitet das aber eben dann auch aus, dass es halt nicht nur ihr in Anführungszeichen gestohlener Planet ist, sondern dass es der gestohlener Planet ganz vieler ist. Und sie macht diesen Film entgegen eben dieses kollektiven Vergessenes, dass es vor der iranischen Revolution dann auch ganz anders aussah. Und hier dann auch diese, da haben wir wieder dieses Private und dieses dann doch politische oder gesamtgesellschaftliche, dieses Filmemachen für sie. Sie fängt da auch an mit ihrem ersten, mit ihrer ersten Kamera oder mit ihrem ersten Handy dann halt so kleine Sachen zu dokumentieren. Aber auf der anderen Seite eben auch die Bedeutung von sowas wie einem Smartphone oder so einer Kamera, das sich zu einem Massenmedium oder Social Media halt, zu einem Massenmedium entwickelt, worüber man halt auch Sachen dokumentieren kann, die eventuell von ganz oben nicht dokumentiert werden sollten. Und die letztendlich ja auch dafür sorgen, dass es eben solche großen Bewegungen, wie wir es die letzten Jahre ja auch aus dem Iran hatten, überhaupt, dass es solche gibt. Da steckt, da verflechten sich so ganz viele Aspekte drin. Der ist jetzt nicht sonderlich überraschungsvoll inszeniert oder innovativ umgesetzt. Aber der ist sehr eingehend und so ein bisschen Collage-artig. Und ich glaube auch, als ein Zeitzeugnis. Ja, und wie du auch schon gemeint hast, ist halt auch einfach wichtig, dass solche Sachen gezeigt werden, einfach gegen es vergessen und dagegen, dass sowas einfach dokumentiert gezeigt wird, dass es gerade so ist und dass es hoffentlich nicht mehr so ist, dass man sich das anschauen kann und denkt, scheiße, so soll es nie wieder sein. Ja, wer weiß, wie man in ein paar Jahren oder Jahrzehnten dann auf so einen Film schauen wird. Ja, genau. Wer aus den Wörtern, die hier auseinanderreihen, nicht schlau wird, der kann das Ganze vielleicht in etwas geordneterer Form und schönerer Form bei Rigs Filmkritiken nachlesen. Da habe ich das versucht, was ich hier zu einzelnen Filmen sage, aufzuschreiben. Der kann da gerne nochmal reinschauen. Und wer meine Wörter nicht versteht, hat Bech gehabt. Wir haben aber noch einen gemeinsam gesehen. Einen Film. Jetzt bist du dran mit Aussprechen. Ja gut, den spreche ich einfach mal so aus. You had to. Und ich glaube, er hatte noch einen englischen, internationalen Untertitel. Into Thin Air. Auch ein Film, wo ich kurz den Beschreibungstext gelesen habe und dann gedacht habe, boah, okay. Ja, same. Ich habe das gelesen und war so, oh, das klingt mega interessant, das möchte ich sehen. Was haben wir denn da gelesen? Ich kann es aussuchen, wenn du magst. Ja, du kannst es doch gerne vorlesen. Ja. Ja, also der Text auf der Webseite vom DocFest war, in Japan verschwinden jährlich etwa 100.000 Personen, einige davon mithilfe von Nightmoving Companies. Manche fliehen aus einer unglücklichen Beziehung, andere können dem enormen gesellschaftlichen Druck nicht standhalten, wie der andere versuchen, sich aus kriminellen Verstrickungen zu befreien. Und da war ich gehuckt, muss ich sagen. Und wie man auch gleich am Anfang des Films erfährt, steht You had to auch für die Evaporated, also Leute, die verschwinden und einfach nicht mehr gefunden werden oder einfach nicht mehr zurückkommen. Und ich glaube, im Film war irgendwie die Rede von 80.000 oder so und die meisten davon werden auch wieder gefunden, tauchen wieder auf, aber einige sind halt nie wieder gesehen. Und dann geht es so um das Schicksal einzelner Menschen, die einem wieder auf dem einen in der Seite, also Leute, die Menschen vermissen, also wo irgendwie von einer Frau ist der Sohn auf einmal verschwunden und niemand weiß wohin oder... Also der ist einfach aus seiner Wohnung oder aus der Wohnung von seiner Firma da verschwunden und nie wieder gesehen. Keiner weiß, wo er ist, ob er noch lebt oder was auch immer. Aber auch die andere Seite zahlen, also Leute, die verschwinden wollen oder die verschwunden sind im Prinzip oder die aus irgendwelchen Lebenssituationen, mit denen sie nicht mehr klarkommen sind, einfach weg sind. Also es gibt zwei, die einen mega Controlling-Chef hatten, den sie irgendwie zahlen mussten, wenn sie nicht genug Umsatz machen mussten, der ihr ganzes Leben kontrolliert hat und die von dort hin weg sind oder Leute, die aus Beziehungen raus sind, aus toxischen Beziehungen oder gewalttätigen Beziehungen oder Leute, die das Gefühl haben, dass sie gestalkt werden oder die von der Mafia weg sind und dann entweder alleine oder mit Hilfe von eben diesen Nightmoving-Companies, also Leute, die sich darauf spezialisieren, in so Nachtnebelaktionen diese Leute irgendwo abzuholen und ein neues Leben zu verschaffen, dann untertaucht sind. Ja, ganz schön viel für 86 Minuten. Ja, definitiv. Ich habe, während ich diesen Film geschaut habe, hatte ich dann so viele Fragen gefühlt. Wo fange ich denn an? Also dieser Film, der macht so ein bisschen eine Gratwanderung, in dem er erstens natürlich versucht, so ein bisschen das aufzuschürfen und hinter die Kulissen zu schauen, von dem, wie sowas abläuft, auf der anderen Seite aber auch nicht zu viel zu zeigen. Ja, das ist halt das Problem, weil du willst ja auch nicht irgendwie preisgeben, wo diese Leute jetzt sind oder vielleicht sogar, wer diese Leute sind. Genau. Und da war mir eine erste Frage, die ich mir dann irgendwann im Kopf hatte, ob da vielleicht sogar eine fiktive Herangehensweise nochmal eine bessere Herangehensweise ist. Ja, weil man da nichts verschleuen muss dann. Genau. Und es gibt auch durchaus Filme, die sich damit auseinandersetzen. Es gibt auch einen Film, der auch schon aus den 60ern ist und der jetzt noch vor dem, also es wird ja gesagt, so hier die 1990er, da ist das vor allen Dingen ganz groß wegen der Wirtschaftskrise, Wirtschaftskrise wegen der verlorenen Dekade. Aber auch schon in den 1968 oder so gab es auch schon einen Film, der sich damit auseinandergesetzt hat. Und ich hatte irgendwie noch die ganze Zeit im Kopf, von der Thematik her, von den, ich nenne sie jetzt mal Figuren, aber ja, natürlich sind das vermutlich echte Menschen, deren Schicksal oder deren Ding, das halt hier aufgreift. Wäre das voll was für Wonka Wai? Oh, ja, das sehe ich. Diese ganze Thematik hat mich so an Fallen Angels oder so erinnert. Jetzt nicht auf die, auf die, auf die, was, Attentäter-Art, sondern halt auf sowas verschwinden und dann auch dieses Alleinsein, dieses komplett neue, sowas auch sowas Geisterhaftes. Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Das könnte interessant sein, glaube ich, so eine fiktive Version von dem, von Wonka Wai würde ich schauen. Also, ich fand's, also ich fand's wirklich viel für die, für die 86 Minuten. Ja, es sind noch, meiner Meinung nach, sind's zu viele Geschichten für diese kurze Zeit. Also, wenn man sich so drei irgendwie rauspickt hätte und die erzählt hätte, hätte das, glaube ich, besser funktioniert, als das nochmal da einen Fass aufmachen und da einen Fass aufmachen und da nochmal wen und da ist nochmal wer. Ich kann nicht verstehen, dass man sich zeigen wollte, dass Leute halt aus den unterschiedlichsten Gründen verschwinden und dass das nicht immer was damit zu tun hat, dass sie von der Mafia weglaufen oder ihre Firma gerade gegangen ist und dass es halt die unterschiedlichsten Motive für Leute gibt, sowas zu machen. Aber es war halt dann doch viel und ich fand's mega interessant. Ich war die ganzen, also nicht mal 90 Minuten, du hast immer auch total investiert in diesen Film und ich fand das mega spannend alles. Aber manchmal war ich dann so, oh ja, okay, warte mal, der war der und war das jetzt der mit der Mafia oder war das der mit der Firma und warum ist der jetzt da und oh, warte mal, sie ist jetzt die und okay, ich bin manchmal ganz sicher, wo ich hier bin. Der ist halt nicht nur in seinen Perspektiven dann so aufgeladen, sondern halt auch in den Themen, die Menschen eben zu so einem Schritt bringen dann. Du hast gesagt, die Mafia, aber auch alle anderen haben ja ihre eigene Geschichte und da werden auch wieder Fässer aufgemacht oder auch, ja, was ist das jetzt, was die machen? Das ist so eine Grauzone. Der Film ist jetzt nicht so, dass er das auf eine Art und Weise verurteilt. Das ist halt so eine, wieder so eine Gratwanderung zwischen, ja, das ist okay und das ist auch nicht ganz legal oder das ist zumindest auch aus einer ethischen Perspektive oder aus einer moralischen Perspektive auch hinterfragbar, aber es trifft so viel hier aufeinander und ich stimme dir auch zu, das war schon wirklich interessant, aber ich hätte mir wirklich an so vielen Stellen noch mehr oder einfach noch mehr Information oder noch mehr Bild oder noch mehr Facetten oder noch mehr. Absolut, ich würde auch immer noch gern mehr wissen über dieses ganze Konstrukt von diesen Nightmoving Companies und generell so. Ja, wie das funktioniert, wie das mit dem, so ein komplett neues Leben zu installieren, ja fast so von wegen neues Haus oder neuen Job, neues Leben, komplett woanders, wie das überhaupt und das wird ja sicherlich, also oder ist ja auch mit zunehmender Digitalisierung wahrscheinlich wieder eine Ecke schwieriger und da die Spuren zu verwischen oder was auch immer. Ja, na, definitiv, aber ich finde... Und es geht auch schon... Ja. Entschuldigung, es geht ja noch weiter, ich habe mich dann auch gefragt, wie kommen denn die Regisseure? Das sind zwei Männer, wo habe ich sie? Andreas Hartmann und Arata Mori. Ist ja wie gesagt, ist eine deutsch-japanische Co-Produktion. Auch erstmal diese Menschen zu finden? Ja, also ich glaube, diese Night Muffin-Componies kannst du, glaube ich, ganz leicht finden. Ja, genau, ja, das glaube ich auch. Aber dann sich... Also man muss ja dann die... Okay, und dann haben die das wahrscheinlich vermittelt oder dann... Ich weiß nicht, rumgefragt, wer... Also ich meine, wer taucht denn unter in ein komplett neues Leben und macht dann einen Film drüber? Ja, ich meine, ein paar Leute waren ja auch... Also zumindest der Typ am Anfang war ja auch dann verpixelt und so und... Ja, 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 ja. Die anderen haben vielleicht so viel Abstand mittlerweile, dass es okay für sie ist oder denken sich, schaut eh keiner, ich weiß es nicht. Das habe ich mich nämlich halt auch gefragt, so wenn dann halt manche erzählen, was sie für Riesenschulden haben und was sie... Wie sie auch in zwielichte Geschäfte geraten sind, dann die ganze Familie bedroht worden ist und dann irgendwie ein einziger Ausweg, dass noch... Da stecken schon wirklich richtig interessante, auch moralische Fragestellungen drin. Die aber, wie gesagt, der Film hat keine Zeit, da irgendwas zu beantworten oder da was zu abzuwägen oder zu ergründen, sondern der geht wirklich durch und will da schon... Ich glaube, die Masse an Perspektiven sollte vielleicht das auch so ein bisschen verschleiern, dass man gar nicht so viel dann erzählen kann, um nicht zu viel zu verhören. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt das einordnen muss, weil an sich hat ja jeder von denen ihre eigenen Gründe da zu verschwinden. Und eigentlich kann es ja auch allen anderen egal sein, was da die Beweggründe von diesen Leuten sind, weil jeder so ein Leben zu leben wie er mag. Das ist ja auch alles wurscht. Aber ja, das... Es ist halt, ja, es ist, wie gesagt, wie du meinst, eine Gratwanderung, weil einerseits halt mega faszinierend und andererseits verstehe ich halt auch, warum sie so vage manchmal sein müssen, um halt dann doch Privatsphären zu schützen. Und das ist ja auch ein großer Teil eigentlich. Da gibt es diese Mutter, die ihren Sohn sucht. Und da war sie ja auch irgendwie bei ihrem Mobilfunkanbieter, bei der Bank und so, um Informationen vielleicht zu bekommen über ihn. Und da war halt so, ja, nein, Data Protection Law, wir dürfen die halt nichts sagen, ohne seine Zustimmung. Und das spielt ja auch alles rein so. Und auch wenn dann einige Leute ja anscheinend freiwillig da vor die Kamera gehen und das erzählen, muss die halt erstmal finden, nehme ich an, die sich dann das wirklich trauen. Und die werden ja auch alle nicht mit Namen, also auch im Abspann steht, oft einfach so dann, also die und die Person dann anonym im Prinzip, halt ohne Namen, ohne irgendwas. Ja, das stimmt. Interessant vielleicht auch noch, um einfach zu sehen, wie die japanische Gesellschaft auch noch funktioniert und was es dann eben teilweise für Gründe noch sind oder teilweise für, für große Rahmenbedingungen, die überhaupt erst dazu führen, sich dann so eingeschränkt oder so verschuldet oder halt in die Enge gedrängt zu fühlen, dass man überhaupt so einen Schritt geht. Ja, also ich fand sie, ich fand sie wirklich faszinierend, aber wie gesagt, leider ein bisschen zu viel, aber ich glaube, ich kann die auch empfehlen, einfach nur mal zu sehen, also es ist eine ganz eigene Welt, von der man normalerweise nichts weiß und einfach nur ein bisschen Einblick dort zu bekommen, kann ich die auf jeden Fall empfehlen, die Doku. Ja, man sollte vielleicht im Vorfeld wissen, dass hier auch wirklich harte Themen angeschnitten werden und das auch, ja, an manchen Stellen vielleicht nicht so, nicht so leichter Stoff ist. Ja. Gut, und dann würde ich sagen, nachdem wir jetzt hier wirklich einen kleinen Rundumschlag zu verschiedenen Filmen gegeben haben, die dieses Jahr auf dem Dokumentarfilmfest in München zu sehen sind, kommen wir zu einem Ende und sagen, schaut gern in das DocFest rein, spätestens dann am 6. Mai, wenn es auch online verfügbar sind. Alle Filme dürften, glaube ich, auf jeden Fall im Kino zu sehen sind. Ob die Filme, über die wir hier gesprochen haben, auch online verfügbar sind, das müsstet ihr einmal selber nachschauen auf der Website des DocFests dort im Programm einfach den Film angeben. Vielleicht schreiben wir die Titel auch mal in die Beschreibung, sodass wir Ja, ist vielleicht smart bei den unersprechenden Namen, die wir hatten. Genau. Und ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen. Außer, wenn euch gefallen hat, was wir hier besprochen haben, wenn euch dieser Podcast, dieses Format oder vielleicht auch ein paar Einblicke zu so einem Festival gefallen, dann hinterlasst uns gerne eine positive Bewertung auf dem bekannten Podcastportalen, bei YouTube, bei Instagram, bei den diversen Social Media Kanälen. Und falls euch auch noch andere Filmfeste interessieren, wir haben hier beim Tele-Stamm-Tisch hin und wieder mal so einen kleinen Cast, wo wir so ein bisschen Überblick geben, über was so auf verschiedenen Filmfestivals läuft. Wir hatten zuletzt, glaube ich, was zum Fantasy-Filmfest oder auch zur Berlinale. In Zukunft kommt vielleicht noch was zu diesjährigen Nippon Connection, also dem japanischen Filmfestival hier. Ansonsten gibt es aber wie immer auch ganz viele Filmbesprechungen zu aktuellen Kino- und Streaming-Starts, Serien, Recaps, Spielshows, manchmal. Alles. Genau. Das alles findet ihr hier bei uns beim Tele-Stamm-Tisch. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal vielleicht ja zu unserer sozusagen zweiten Besprechung hier des Dogfests mit dabei seid, spätestens dann gern schon früher. Und ich sage Tschüss, bis dahin. Und wenn ihr mehr von Paul und mir hören wollt, könnt ihr auch gerne mal so ein Podcast in dem Mut von Mubi vorbeischauen. Da reden wir auch über obskure Filme, die meistens auf Mubi laufen. Also wenn euch sowas interessiert, schaut gerne dort vorbei. Und das sind ja auch von mir. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Genau, die nächste Folge geht's um See-Elefanten-Sex. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Euer Andi. Euer Andi.